Es gibt einen neuen Mitspieler im Dolby Atmos Game und den Namen kennt man eigentlich eher aus dem PC- und Gaming-Bereich. Die Firma Creative bringt mit dem SXFE Carrier nun eine Soundbar mit Dolby Atmos auf den Markt, die mit interessanter Technik ausgestattet ist, mit 999 Euro aber auch in der gehobenen Preisklasse Platz nimmt. Holt euch Popcorn und Film ab! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute begrüße ich Creative zur neuen Folge meiner Mission Heimkino. Dolby Atmos ist nach wie vor ein starker Trend in den eigenen vier Wänden und ein kompletter Neuling ist Creative dabei auch nicht. Vor einigen Jahren hat die Firma bereits mit der Soundbar Sonic Carrier Aufmerksamkeit erregt. Das Set besteht aus der Soundbar selbst und einem Sub mit 10 Zoll Woofer. Fangen wir aber klassisch an mit dem ersten Eindruck und da würde ich die Carrier auf jeden Fall bei den kompakteren Soundbars einordnen. Sie misst 88 cm in der Breite und 7,6 cm in der Höhe. Das dürfte gerade noch so bei den meisten stehenden TV-Geräten passen, ohne dass da etwas vom Bild verdeckt wird. Aber auch eine Wandmontage ist hier möglich. Die Carrier kann man dank Aufnahmen an der Rückseite direkt an die Wand spaxen. Bei der Farbe habt ihr die Wahl zwischen schwarz und schwarz. Alternativ gibt es aber auch noch schwarz. Das Design finde ich sehr schlicht, aber schon irgendwie etwas retro angehaucht, mit einem Mix aus matten Kunststoff, viel Lautsprechergitter und einer Front in Hochglanz schwarz. Auch beim Display bekomme ich irgendwie Retrofeeling, sowohl bei der Darstellung als auch bei den angezeigten Infos. Ob das jetzt aber bei einer knapp 1000 Euro teuren Soundbar so gut ist? Gerade beim Display hätte ich mir mehr erhofft. Alle nötigen Werte bekommt man hier auf jeden Fall durchlaufend im Display angezeigt. Für mehr Einstellungen nutzt man dann auch die App, auf die ich aber auch gleich noch näher eingehe. Bei den Anschlüssen geht Creative jetzt aber von der Bremse und gibt Vollgas. 3x HDMI, davon einmal mit eARC und 2x 2.1 mit HDR10+, 8K-Kompatibilität und Dolby Vision. Dazu steht noch ein optischer Eingang parat, als analoge Verbindung ein AUX-Eingang und ein Subwoofer Out. Interessant wird es dann eine Etage höher, denn Creative spendiert auch einen USB-C Port mit Hi-Res-Unterstützung und 7.1 Kanal. Damit drängt sich das Teil natürlich auch zum Zocken ziemlich geil auf. Bluetooth 5.0 rundet das Paket dann ab, eine WLAN-Verbindung gibt es leider nicht. Durch die CEC-Funktion lässt sich die Lautstärke nun entweder mit der eigenen TV-Fernbedienung steuern oder ihr nehmt die Creative-Fernbedienung aus dem Lieferumfang. Die ist recht klein und kompakt gehalten, bietet aber dennoch alle benötigten Funktionen für die verschiedenen Modis bzw. den Klang. Auch beim Klang gibt Creative Gas und stopft hier nach eigenen Angaben ihre geballte Erfahrung in diese Soundbar. Insgesamt bietet das System eine Leistung von 450 Watt RMS. 250 Watt verteilen sich dabei in der Soundbar auf 7 Treiber, wobei jeder Treiber über einen eigenen DSP-gesteuerten Verstärker verfügt. Die Klangabgabe erfolgt dabei nach vorne, zu den Seiten und eben nach oben, denn wir sind ja im Dolby Atmos Game. Die Entwicklung der Carrier soll dabei in direkter Partnerschaft mit Dolby entstanden sein und bietet als erste Soundbar auf dem Markt das neue Akustikkonzept von Dolby, was den Klang aus kompakten Maßen auf ein neues Level heben soll. Damit auch genug Bassdruck entsteht, verpasst man dem System einen stattlichen Subwoofer mit 10 Zoll Treiber und 200 Watt RMS Leistung. Hält dabei aber die Maße trotzdem recht kompakt. Mir gefallen dabei die abgerundeten Ecken des Gehäuses, ihr wisst ja, das ist einfach mein Ding und ich muss schon sagen, das Teil hat echt für einige Überraschungen gesorgt. Verbunden wird der Subkabel los, braucht also lediglich Strom. Der Bass wird dann runtergeschickt bis auf 25 Hertz und das mit einem sehr präzisen und druckvollen Bassfundament. Toll gelungen ist hier die Abstimmung, denn der Bass ist immer druckvoll, aber nie zu übertrieben oder zu gering. So bekommt man auch auf maximaler Leistung noch ordentlich Bass zu spüren, denn der wird fast nicht reduziert obenrum. Eine Besonderheit bei der Carrier ist die Super XFI-Technologie für Kopfhörer, die eine Klangbühne eines Surround-Lautsprechersystems nachbilden. Wer also zu später Stunde noch vollen Druck auf den Ohren haben will, aber seine Nachbarn einfach nicht los wird, der kann Kopfhörer anschließen und dank SXFI vollen Klang weiter genießen. Dazu unterstützt die Soundbar jeden Kopfhörer mittels 3,5 mm Klinke am vorderen Ausgang. Creative empfiehlt aber für das beste Ergebnis zertifizierte Kopfhörer zu nehmen und wer da keinen Bock auf Kabel hat, kann zum Beispiel zum SXFI Theater greifen, einfach den USB-Stick an der Rückseite einstecken und schon steht dem kabellosen Klangerlebnis nichts mehr im Weg und das ist wirklich schon ziemlich geil. Bevor wir jetzt aber in die Klangbesprechung gehen, hört eben selbst, was die Soundbar so drauf hat. Ich spiele euch einige Filme an, die Aufzeichnung ist dabei binaural 3D, ihr müsst also Kopfhörer nutzen, sonst könnt ihr diesen speziellen Effekt nicht hören. aus dem team Okay, man merkt, Creative hat hier bewusst bei anderen Sachen auf die Bremse getreten, um sich maximal auf den Klang zu fokussieren. Die räumliche Darstellung ist schon echt krass und kann durch verschiedene Modi auch noch beeinflusst werden. Der Super-White-Modus holte dabei aus dieser kleinen Größe echt ziemlich viel Räumlichkeit raus, aber irgendwann klingt es dann auch alles etwas zu krass und künstlich finde ich, das ist aber natürlich auch Geschmackssache. Was mir sehr gut gefallen hat, ist das Zusammenspiel von Subwoofer und Soundbar und da speziell die extrem sauberen und präzisen Bässe. Das sticht schon deutlich hervor und macht beim Hören einfach so ein wohliges Gefühl, anders kann ich es echt nicht beschreiben. Der Bass ist dabei zu keiner Zeit überfordert oder wird unsauber, auch der Druck nimmt bis zur maximalen Lautstärke wirklich nur minimal ab. Für eine bestmögliche Sprachverständlichkeit soll ein spezieller Algorithmus sorgen, der Dialoge automatisch erkennt und verbessert. Man muss hier also nicht selbst an Einstellungen rumfummeln, dafür kann man dann aber auch nichts nachjustieren, sondern muss sich mit dem Ergebnis zufrieden geben. Die Verständlichkeit finde ich dabei durchweg okay, allerdings variiert das je nach Modus und Stimmen klingen dann auch schnell mal etwas künstlich für meinen Geschmack, die besten Ergebnisse liefert da der Musikmodus. Bevor wir ins Fazit springen noch eben ein paar Worte zur App. Die funktioniert per Bluetooth und ermöglicht euch dann zusätzliche Einstellungen bzw. eine Kalibrierung. Ihr könnt der Soundbar dann eure Raummaße verraten und den Klang anpassen lassen. Alternativ könnt ihr den Bass und den Höhenkanal aber auch selbst verstellen. Ansonsten lässt sich hier auch noch die Firmware aktualisieren, das Display dimmen und so weiter. Aber alles recht simpel aufgebaut. Fazit. Creative hat hier scheinbar versucht, alles Potenzial in den Klang zu stecken, hat dabei aber für mich ein paar wichtige Aspekte im Gesamtpaket etwas vernachlässigt. Die Steuerung ist nicht wirklich intuitiv und viel kann man am Klang auch nicht verändern. Das Display ist zwar irgendwie retro, hat aber in der Preisklasse meiner Meinung nach nichts verloren. Die Bluetooth-Verbindung führt bei Filmen zu leichten Tonverzögerungen und ist damit nicht mehr ganz synchron zum Bild, über HDMI passt es aber alles. Creative ruft 999 Euro als UVP auf und befindet sich damit schon im oberen Preisbereich. Die Soundbar verfügt mit der SXFI-Kopfhörer-Anbindung über ein Alleinstellungsmerkmal und das macht gerade mit dem Creative Theater echt richtig Spaß damit Filme zu schauen. Wer mit der Kritik klarkommt, der bekommt hier viel Klang aus relativ kompakten Maßen geboten. Wenn ihr euch das Teil selbst mal näher anschauen wollt, findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Falls noch Fragen offen sind, ab damit in die Kommis. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!